und willkommen mein name ist an ihrer peinheit mit mario master und wir begrüßen zurück zuletzt bei joshin volleyball hat ja es geht wieder weiter dann möchtest du sagen was passiert ist einfach alles alles und alles gaben alles wo man holen kann ja geholt ja wir haben alles geholt also hoffentlich haben auch alles nicht aber jetzt irgendwas übersehen aber jetzt ein bisschen peinlich das wäre wirklich peinlich aber lass uns lieber noch mal gucken ich meine wir haben alles noch fehlt sind jetzt die bonuswelten also die speziale will ja also die dinger ja deswegen fangen wir einfach mal mit dem ersten an das erste wolfhontänen und wir haben gratis anstecker nämlich natürlich meinen magischen magneten und ich versteckte dinge dann wird erstes spezial level ja wir haben vor nicht so schwer seine ach nein der weg der schimpel uns so wird nach dem vietnamen flashbacks ja wir haben schon erste blühe so schnell geht da was hat schon wieder hat ich war schon die zweite ruckzuck ja morgen weg wäre besser wenn wir jetzt hier alles kriegen ich will ja nicht sagen aber ich glaube das nimmt ein bisschen hektisch zu ein herz in der strategische strategie er schluckt mich einfach während er sich in dem boss kommt damit war ganz sicher 20 herzen am ende haben also mal leben zu bleiben haben wir echt schon viel blieben ja ich bin auch voll ruck zuckt ja da ist der wolle hat sich schon wieder ausgehen nach dem blauen ja schlecht und trotzdem haben wir haben so viele blaue wir haben zu viele grüne irgendwie nicht wir haben irgendwie zehn verschiedene blaue linge sind 34 grünen ohr wir haben wir waren noch gerade im joshy pavillon wie das heißt ja joshy pavillon die kannst du vergessen da 50 kunden mehr ja ich habe sich treffen lassen weil ich weiß dass er natürlich wieder zu hause war das was wir haben wir haben schon alle blut aber herz und das ist wieder das wie wieder unser größer knackt und abgrund ja aber alles andere haben war so wie es ausschaut ja ja wir haben alle münzen ich sage dann mit dem herzen noch mal auf screen ja stelle ich mir jetzt nicht so schwer frage also das stelle ich mir auch nicht schwer weil das relativ schnell was wir nehmen könnten wir können einfach diesen anstecker wo man nicht in abgründe sterben in abgrunde fallen ja ja damit voll einfach machen ja genau einige trick anstände sind echt gut für einige sachen ja zum beispiel anti feuer ja da war aber jetzt erst mal bodo spielen kommen wir müssen jetzt mal hier ich habe nicht gegessen jetzt wir wird niemand von einem sieg erfahren doch ich habe videobeweis ich habe videobeweis gemacht ich kann aber schneiden irgendwie wird das schon so damit hat sinn macht geschnitten obwohl ich nicht so gut bin aber lassen sie erstmal den joshin zusammen häkeln wer ist denn joshin wurde wieder zusammen gehackt hält gut aus willst du den leben wenn der bennett anstatt blau grün gewesen wäre und in der mitte schwarz dann hätte ich den genommen okay weiter ist spezielle das war schnell perplexe in der pyramide weil sie auch schon aus das gehen wir schon wieder am blauen hat ja ja ich kann ich kann nicht ich kann nichts nehmen ich habe nicht genug kann keine dinge zu mir dann ziehen ja alles verbraucht ja ein geld und wählen der platz in der pyramide pyramide da kann man fahrer oder schön war man doch glaube ich schon immer tut endlich am da kann man auch noch ein bisschen wolle und der schalter man muss man jetzt hier macht naja ich verstehe schon ein stück zurück genau deswegen das nicht mal dachte ich war weit genug also da kommt jetzt wieder zurück aber wahrscheinlich ja ich verstehe ich verstehe wie der hase läuft warum das war irgendwas wir sind schon wieder passiert und man kannst du nicht irgendwie vorgehen und ich kann dann hier man hat nicht so einfach nicht weitergehen aber ich habe hier da muss man ja denken ganz stärke seine ja Okay Louis Blume ich verstehe aber wir müssen ein bisschen entstehen oder durchführen ok da muss man ja denken okay da 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 nein 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 erfolgt denkt mathematik hier jetzt der probleme was müssen wir machen bestimmt hier so locken ja jetzt mal alles sammeln ich glaube das wäre dann besser wenn einer macht das ist schwierig ja weil er nicht einfach schlucken so wie alle andere anderen probleme die dritte wir haben alle wolle das ist wichtig jetzt meinen ganzen weg jetzt ja um nutzen ja warte mal für was denn die schlüssel muss mir jetzt heute will ich trüben erfolge stört wenn sie den sommer aus die entwickler haben zu viel freizeit denke ich auch und dann will ich unbedingt töten aber die idee dahinter ist klasse ja das will eine kreative idee muss ich sagen ich wollte stadt machen da kommt also wieder zurück das ist vorher noch so okay ich muss mich hören ganz da hier habe ich mir habe ich so gewusst ich habe gebrochen mit einem riesigen moment diesen part haben wir schon dass sie jetzt im nächsten heiße sache meine blume fährt ja nur ein blumen ich glaube wir haben nicht alle herzen doch dann habe ich gar keine checkpoints oder ich glaube auch in den speziellen gibt es keine checkpoints 93 naja wie auch immer wir haben ein joshy bekommen das ist dann erzählt sieht nicht so schwer aus wie die anderen er will immer gemacht haben auf springen ja also herzen mäßig hier wichtig sei es wir haben ein josh richtig ist immer das wichtigste genau jetzt mal gucken welcher joshy wird es denn jetzt es ist kann man wie joshy also weil wir keine grüne nintendo konsum haben wir schon bei joshy weiß der rot schwarz lassen wir schon das welt reingehen in ordnung ja dies level hier der flug des wolken willi wir können uns nichts leisten weil wir haben sind wir sind ja wir sind ganz arme schweine das arme schweinchen bild machen noch unter wasser level dann perfekt ja das crawling unter wasser level nein nein das hätte ich nicht machen wollen wir müssen wir die ganze zeit am leben lassen wahrscheinlich mehr wir haben nichts nichts was uns irgendwie helfen könnte okay wir könnten wir da so ein anti abrund dingen wollen wir haben keine wenn wir welche haben wenn wir welche hätten okay aber so was nein was meine das meine wolle abgeleckt bevor die getroffen hatte ich will die um die beiden den blauen und den grünen was da sind jetzt sind doch wir der hat sind eigentlich schon der weg ist der blau und der grüne basta in allers ja da komme ich nicht durch danke verdammt nein dafür aber nein da ist noch einer kommen ein bisschen tiefer nein da ist als die zweite rolle die kriegst du die nein nein das schaffen wir nicht und nochmal das war der ok aber ok das ist machbar das ist aber herausfordernd ja so noch die beuten bleiben dann kann es nichts passieren genau immer den kopf in den wolken da kann man verstanden aber ja wie sollst alle edelsteine eins wir haben noch verstanden so hinterländisch nein 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 ich wollte mich hier roos opfern für die blühe ich ich glaube das war der dinger wir sind damit so oder so macht was so ich habe ich glaube ich weiß auch welche nach welcher es ist denn der ist 23 der wäre doch flieger ja wir haben eine wolle eingesammelt jetzt allein über nicht da habe ich doch noch an gestoppt ja eine münze fehlt uns nach einer münze haben wir müssen sowieso alle noch mal neu machen ja ich habe keine ahnung ich verdiene es zu leben irgendwie nicht das sah jetzt aus hätte gott persönlich mich jetzt gerade aus dem leben radiert dort hat sich ausradiert er hat ja einfach nur jetzt ja einfach nur angeguckt hat den kopf geschützt ne ok wenn ich das gegen joshy vielleicht mit dem switch joshy die zukunft geblickt der lander dreht machen wir direkt next feeling gott project sache glaubst du dir ist jetzt vollpissig auf uns sollten sollen noch nicht wir brauchen das für den nächsten level das vierte level noch schon die bild vier dummchen die erste blumen in einem jahr war ein immer so richtig versteckt war kein scrolling ja schon mal gut ja da vor mir schon mal ok doch ist vor allem aus wie wir sagen wir sind so einst und ich bin wieder aber es trotzdem nicht so schlimm wie ich mir vorgestellt hatte schwarze wolle ich konnte nicht unerlich und wir müssen ja sowieso machen wenn wir uns einfach damit ab dass wir so machen wir sollten das hier so schnell kriegen das hat sie gut getötet und eingequetscht war okay vielleicht auch nicht wenn sie so ein bisschen aufteilen wir beide irgendwie zurückgehen einer muss irgendwie dafür sorgen dass wir noch weiter kommen wenn sie nein nein kommen in der pflanze da ist sie da ist sie mit dem stampf ding okay da wolle nein danke bestehen ja jetzt liegt das richtig groß jetzt ist es aber dass er sie haben sie nein ich glaube eben okay das ist gott okay nein aber wir können abwerfen aber wir können die abwerfen man ja gerade den links irgendwie fressen bekommen von mir das bin ich ja mit vollem herzen recht dann erinnert aber erinnert man hat schocken seit weg ach da muss man kann zu haben für ja nein 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 das ist einfach zu sagen wir brauchen unbedingt wasser melonen zum abwinken ja dann können wir uns vielleicht auch besser verteidigen könnten wir gleich machen können wir gleich offscreen machen naja weil das ist auf jeden fall klar dass wir diesen offscreen machen müssen war sehr gut ich habe keine Wolle wo bin ich hier hallo hallo hilfe man soll ja ich habe mich eingestellt nein ich habe mich aufgefressen hey ich glaube wir brauchen wasser melonen warum wir wer da irgendwie irgendwie schuppen ist wir waren so froh dass es kein dass es kein Spauding Level ist ja dass dann da einfach nur so ein großes ist heftig 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 soll sich hier erwarten ja nein ich möchte nein nein ich habe ja nein 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 also wasser melonen ich lasse sterben tschüss machen so wird live machen wesentlich besser kein punkt dafür wahrscheinlich haben wir ihn wahrscheinlich auch und dann haben wir ihn noch dann auch irgendwie schafften und dann wird er nicht essen und dann immer irgendwas parat im mund haben ich bin ich habe keine wolle aber wir schaffen erst mal wieder einmal erst mal versuchen durch zu bringen mein herz das legt die los noch einen kurs wird vertagt ja genau wir haben eine worte vergessen wir haben es ja neben geschaffen spiel aber wir haben eben geschafft erst mal ja die minuten haben bereits 29 ich würde mal sagen das reicht dann auch für den jahr ja also so viel action dass das doch zu viel für mich hat nur zwei blumen wir könnten uns helfen der wassermelonen damit wir uns verteidigen können wir uns wahrscheinlich auch helfen die münzen und blumen einzusammeln ich weiß nicht ob die peter was dazu hat das sagt die dazu aber natürlich nein hört auf damit ich weiß warum ich anfangen tanzen so gut wenn wir da kriegen und sagen geht es aus wie der ist ja so schwarz weiß war das irgendwie könnte sein wo ich gehe nach meinem der ist schwarz weiß deswegen weiß ich nicht wie siegen der standard der ist auf 3bs ist nämlich genau so eigentlich grau ich weiß es nicht wer ist denn so leulich so wieder weg sein hat keine ahnung wir halten wir mal fest das müssen wir jetzt also noch machen also hier müssen wir noch die herzen sollen auf screen wir werden uns noch die erste blume und die herzen dafür ist noch eine münze und die herzen und hier wird es noch fast alles darüber reden wir noch nicht darüber reden wir nicht ja lieber sein dann sehen wir uns im nächsten fall wieder wenn es heißt joshis wo ich gehört bis dann ciao